Kennst du das Gefühl aufzuwachen und zu denken, heute ist einfach nur ein weiterer Tag? Diese Naja-Tage können uns ganz schön runterziehen. Aber die gute Nachricht ist, wir haben die Macht, das zu ändern. Indem wir einfache, bewusste Entscheidungen treffen, können wir einen gewöhnlichen Tag in einen außergewöhnlichen verwandeln. Es geht darum, die Kontrolle zu übernehmen und unseren Alltag mit ein bisschen Magie zu bereichern. Stell dir vor, du verwandelst einen langweiligen Morgen in einen energiegeladenen Start. Stell dir vor, du beendest deinen Tag mit einem Gefühl der Erfüllung und Freude. Es geht nicht um große Gesten. Kleine Taten können Großes bewirken. Lass uns erkunden, wie du deinen Tag Schritt für Schritt verändern kannst. Stärke dich mit praktischen Tipps. Vom Start mit Dankbarkeit bis hin zum Ausleben deiner Kreativität wirst du feststellen, dass der Schlüssel zu einem Wow-Tag in deinen Händen liegt. Bereit loszulegen? Lass uns eintauchen. Beginne deinen Tag mit einem Moment der Dankbarkeit. Nimm dir beim Aufwachen ein paar Minuten Zeit, um darüber nachzudenken, wofür du dankbar bist. Dieser einfache Akt kann den Ton für den Rest des Tages positiv beeinflussen. Er verlagert deinen Fokus von dem, was fehlt, auf das, was in deinem Leben im Überfluss vorhanden ist. Du kannst drei Dinge, für die du dankbar bist, in ein Tagebuch schreiben. Diese Praxis hilft dir, die guten Dinge zu reflektieren und wertzuschätzen, egal wie klein sie sind. Mit der Zeit wirst du feststellen, dass deine Denkweise positiver wird. Es ist eine kraftvolle Möglichkeit, jeden Tag mit einem Lächeln zu beginnen. Dankbarkeit hebt nicht nur deine Stimmung, sondern verbessert auch dein allgemeines Wohlbefinden. Sie macht dich widerstandsfähiger und hilft dir, Herausforderungen mit einer positiven Einstellung anzugehen. Also, nimm dir morgen früh einen Moment Zeit und probiere es aus. Du wirst staunen, wie dieses kleine Ritual deinen Tag verändern kann. Bewegung ist eine großartige Möglichkeit, das Naja-Gefühl abzuschütteln. Ob es sich um eine morgendliche Joggingrunde, eine Yogasitzung oder sogar eine Tanzparty in deinem Wohnzimmer handelt, Bewegung setzt Endorphine frei. Das sind natürliche Stimmungsaufheller, die deinen Tag im Handumdrehen verändern können. Du musst dich nicht zu einem langen Training verpflichten. Schon ein 10-minütiger Spaziergang kann etwas bewirken. Der Schlüssel ist, eine Aktivität zu finden, die dir Spaß macht. So stellst du sicher, dass du dabei bleibst und dich jeden Tag darauf freust. Bewegung hebt nicht nur deine Stimmung, sondern erhöht auch dein Energieniveau. Die Integration von Bewegung in deinen Tagesablauf kann auch deine Produktivität und Konzentration steigern. Wenn sich dein Körper gut fühlt, folgt dein Geist. Also, schnür deine Turnschuhe oder roll deine Yogamatte aus. Lass die Kraft der Bewegung deinen Tag von Naja zu Wow machen. Menschliche Verbindung ist essentiell für unser Glück. Melde dich heute bei einem Freund oder Familienmitglied. Ein einfacher Anruf oder ein kurzer Kaffeeklatsch kann deine Stimmung heben. Soziale Interaktionen erinnern uns daran, dass wir nicht allein sind und bringen Freude in unser Leben. Bemühe dich, dich auf sinnvolle Gespräche einzulassen. Höre aktiv zu und teile offen deine Gedanken. Diese Interaktionen können deine Beziehungen vertiefen und ein Gefühl der Zugehörigkeit schaffen. Es ist unglaublich, wie ein herzliches Gespräch deine Stimmung und deine Sicht auf den Tag verändern kann. Unterschätze die Kraft der Verbindung nicht. Selbst ein Lächeln oder ein freundliches Wort zu einem Fremden kann etwas bewirken. Es sind diese kleinen Akte der Freundlichkeit, die Wellen der Positivität erzeugen. Also, nimm dir heute einen Moment Zeit, um dich mit anderen zu vernetzen. Du wirst feststellen, dass es deinen Tag auf die schönste Weise verändert. Sich einer kreativen Aktivität hinzugeben, kann ein Gefühl der Erfüllung und Freude bringen. Ob malen, schreiben, kochen oder basteln, Kreativität ermöglicht es dir, dich auszudrücken. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, die Monotonie des Tages zu durchbrechen und etwas Lustiges und Lohnendes zu tun. Nimm dir Zeit für ein kreatives Projekt. Es muss nicht perfekt sein. Der Prozess des Erschaffens ist das, was zählt. Lass deiner Fantasie freien Lauf und genieße die Freiheit, die damit einhergeht. Du wirst feststellen, dass es deinem Tag eine besondere Note verleiht und dich lebendiger fühlen lässt. Kreativität hat auch therapeutische Vorteile. Sie baut Stress ab und verbessert deine mentale Gesundheit. Also, schnapp dir den Pinsel oder beginne die Geschichte, über die du schon so lange nachdenkst. Lass deiner Kreativität freien Lauf und beobachte, wie sie deinen gewöhnlichen Tag in einen außergewöhnlichen verwandelt. Die Reise von Naja zu Wow beginnt mit einem einzigen Schritt. Stärke dich mit diesen einfachen, praktischen Maßnahmen. Beginne mit Dankbarkeit, begrüße Bewegung, verbinde dich mit anderen und entfessle deine Kreativität. Jeder Schritt, den du machst, bringt mehr Freude und Erfüllung in deinen Tag. Denk daran, es sind die kleinen Dinge, die sich zu einem großen Ganzen summieren. Du hast die Macht, deine Realität zu gestalten und jeden Tag zu verändern. Warte nicht auf einen besonderen Anlass, um dich glücklich und erfüllt zu fühlen. Mach den heutigen Tag zu etwas Besonderem, indem du die Initiative ergreifst und bewusste Entscheidungen triffst. Also, worauf wartest du noch? Mach heute den ersten Schritt. Umarme deine innere Stärke und verwandle deinen Tag in etwas wirklich Erstaunliches. Du schaffst das!